Sie interessieren sich für die Technologien IoT, 3D-Druck, Cloud, Robotik oder Virtual Reality? Wissen aber nicht, worauf Sie setzen sollten? Sie fragen sich, wie man mit diesen Technologien Kosten einsparen und Neugeschäftsmodelle anbieten kann, sprich Geld verdienen. Sie sind sich unsicher, wie Sie Social Media erfolgreich für Ihre Geschäftstätigkeiten nutzen können. Sind Sie noch up to date? Und was ist denn nun eigentlich konkret ein sogenannter digitaler Zwilling? Diese und noch viele weitere Fragen beantworten wir Ihnen vom 15. bis zum 19. März im Rahmen unseres kostenlosen Live-Events der VMI 2021. Seien Sie dabei, wenn Wissenschaft, Industrie und Influencer aufeinandertreffen, um gemeinsam Innovation vorzustellen und darüber zu diskutieren. Fortschritt klappt nur gemeinsam. Oder wie die VMI 2021 es zusammenfasst, innovate together. Untertitelung des ZDF für funk, 2017